Ich habe schon gesehen, dass es ein bisschen hält. Ich habe schon mal gesehen. Ich muss gucken, dass ihr euch vielleicht wieder holen könnt. Weil es ist immer noch eine eigene Wohnung. Und ja. Mit der neuen Leitung geht das fantastisch. Ein schönes Jahr. Rufen innerhalb von 2 Stunden. Ich habe schon ein Video gesagt. Was du mag? Hat das wenigstens gefallen. Aber wie immer, ich will erschnappen. Das sind nicht vierteile. Das hat du dann. Okay, so geht das. Das aus Musik, Musik. Ich hoffe, es geht gut. Warte mal. Ich habe schon mal gesehen. 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 Vielleicht ist es interessant. Das ist Anglos in meiner Tabe. Nein. Angel at my table. Ich habe schon mal gesehen. Ich habe schon mal gesehen. Ich habe schon mal gesehen. Ich habe gesagt, dass ich jetzt hier bin. Ich habe es heute geplant, um einen guten Deal zu machen, aber auch noch einen guten Deal zu machen. Ich habe es heute gesehen, dass es nur so eine Küche geräumt wird durch die Wäschung. Boah, was ist denn so Dreck? Du warst Dreck! Ich weiß. Bei mir ist es wieder zu verhangen. Die Laltung ist so genial. Ich habe nur wirklich nur in der Mitte geschlossen. Ich habe auch wirklich zu verhangen. Das Video in der Mitte von 2 Stunden hat sich so ein Foto gesetzt. Ich schalte dir schon, ich gehe vielleicht auch mal ein Video machen. Boah, was geht das genau? Ich schalte dir die Maulhalle und da ist die Musik nicht gelaufen. Ja, wenn die Musik nicht gelaufen ist, dann kannst du CD an. Und dann kannst du die Künstler. Und dann kannst du einfach so viel Laub bei mir aufzulaustern. Das muss ich mal kurz sagen. Aber trotzdem, das kommt die Musik. Nein, nein, ich schalte dir die Künstler. 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 Das bringt das nicht. Nein, ich muss gucken, ich muss ein bisschen... Ich schalte dir die Künstler. Und dann kannst du schon relativ viel Obgold. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass ich relativ weit viel gesehen habe. Und dann habe ich schon gesagt, dass wir die Frigge in der Mitte von mir etwas nervt. Ich hoffe, dass das nicht leuchtet oder nicht leuchtet. Ich muss mal einfach aufnehmen. Ich schalte dir die Frigge in der Mitte von mir. Ich spreche nicht immer. Du bist ja Frigge in der Mitte von mir zu spielen. Ich glaube, dass das nicht leuchtet wird. Ich schalte dir die Frigge in der Mitte von mir. Ich meine, du kannst dir die Frigge in der Mitte von mir zu spielen. Ich schalte dir die Frigge. Und wenn das ganze läuft, könnte man vielleicht auch... Nein, die Menschen nicht zu hören. Das ist doch nicht dumm. Ich weiß nicht, wie es ist. der wund ich weiß nicht gut wie es geht ich mag die dritte Video wenn ich nicht täuschen aber die besten Songs die kommen mit dem Zweet bei dem nächsten Erfolg ich will aufsätze und das sind eigentlich die besten oder? ja du hast das letzte Lied das 6 Lied was cooles was auch nicht schlimm kann ich nur zu Glück aber nicht wenn du nicht in andere Welt könnt ihr rum es ist Single Single Junge das ist immer so eine Sache das stimmt mit beiden Probe dem den das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt ist schon ins kaff preis bleibt ja ja wie gesagt dass mein appartement der tischte schon schon gründer wurde um sich zu sohn und der luftkunde mit kriterien am besten 100 millionen schwer ja ich weiß nicht 85 jahre alle und ich weiß nicht die 2 oder 3 und 3 grad fieber nicht natürlich nicht nene 2 oder 4 oder 3 grad fieber sind wie gesagt das wäre eigentlich optimal dass du in die tischte findest du auch schmaler wenn du Lust hast ja was war das falsch war ach ne das wäre eigentlich schon das optimum der tischte aber der bricht ist hier nämlich schattensieger der war witz ja ungefähr bis ich bin im alter der tischte gut nicht so jung nicht so hell reife charakter am besten aber auch ein zu verspielte auch ein zu dumm wirst das wäre cool am besten nicht 5 meter schwer zu formen und anja muss eine ich weiß nicht dass man ein bisschen nicht gerade wenn anja muss eine gute figur die tisch nicht all zu dick und auch nicht all zu dünn die tisch all zu dick sondern ich habe schon total lebst gekämpft und leid ich bin selber mir heute so weil ich muss auch besser und bis auch passen wir die tischte ähm wenn sie dann 3 meter irgendwie ein treibend rüber gehen von der schufe ja so leid ähm ja wenn ich auch selber mal ein bisschen so weiter wenn sie dann auch nicht weil sie deusags nicht weg dann müsst ich noch passen daß ihn schweißen blöpig ja ihr habt ja bestimmt alles das kann es noch mal ja ich so warte dann los deken hier ich will warte ok das war ichin helde plus dann kann man den wegschmeißen aufgeben und dann gucken wir was ich noch so sie waren schwerfällig und dumm ich hätte auch doppelt so viele besiegen können das dachte ich mir der weiße schlund hat eine hohe erfolgsquote im kampf gegen reguläre truppen aber gegen taktiken wie eure können sie nichts ausrichten wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet ich muss den einsatz unserer sensoren und waffen überwachen wir haben bereits mit der installation unserer verteidigung begonnen der plan sieht vor dass wir noch vor heute nacht fertig werden die republik betreibt gerade regen funk verkehr irgendwie haben sie gewusst dass wir eben einen spannungsanstieg hatten also habe ich nach abhörgeräten gesucht und eine energiewanze gefunden ja 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 war es ein spion oder ein verräter vertreter okay ich habe nur nachgesehen weil der republikanische funk verkehr über den spannungsanstieg so schockiert war hier werden sie nicht angreifen sie werden den geothermischen hauptreaktor bombardieren um die energie zuvor im ganzen sektor zu kappen ok wenn das netz ausfällt erwischt es auch alle piraten die damit verbunden sind das wäre ein klarer sieg für die republik sie werden sich durch die ortolanischen arbeiter und die piraten des weißen schlunds kämpfen müssen aber sie schicken schneesoldaten vom trupp 0 wenn ich ein spieler wäre sowie der captain würde ich auf sie setzen ja dann mache ich einfach mal den maul setzt dein kopfgeld auf sie aus dann werdet ihr sie bald haben gut ich dachte mir schon dass wir uns einig würden im trupp 0 sind die besten der republik stellt euch vor wie es sie benötigen wird wenn ihr sie besiegt ja furchtbar 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 ja am jüngsten tut dann ja was gesucht und also da nichts aufgenommen was die dinge gewertieren umgegangen hat die von exoten am gröden oder flecheln ich habe nie gesehen nachdem ich das ist noch eine äh die silver lights noch fertig zu hören dann komm hin oder übersprungen weil die oberge hat meine eier aber und ich kann das relativ weit lassen du bist ein bisschen was ja besser Ich habe keine Anwendung zu den richtigen Jobs Ich habe keine Anwendung zu den richtigen Jobs gemacht Ich habe keine Anwendung zu spielen Ja...